Sie haben hier in den vergangenen Spielzeiten groß gespielt, Frau Bischof. Groß. Ganz, ganz groß. Ihre Medea. Elektra. Kunst, Frau Bischof. Da können die sich in Berlin... Mary! Was geht hier vor? Sie müssen jetzt springen, Frau Bischof. Springen Sie, springen Sie ins Leben. Ledig? Ja. Ja! Sie haben die Julia gespielt. Ach, das war so... Nee, das war ich nicht. Das war eine Kollegin, die ist auch blond. Echt? Mhm. Frau Bischof ist diplomierte Schauspielerin. Was macht sie jetzt? Ähm, ich... Anna gönnt sich gerade eine Auszeit. Aha. Bist auch auch bloß eine, die es nicht gepackt hat. Eine arbeitslose Schauspielerin, die noch nie im Tatort war. Ein Loser eben, ne? Nicht so fest. Ist das hier so eine Art Beschäftigungstherapie? Ich lass mir doch jetzt... Ja, Hauptsache, wir kommen nicht mehr in der Statistik vor, weil wir in irgendeiner hirnlosen Maßnahme sind. Du hast einen Job. Ja. Aha. Und? Wahrscheinlich haben meinem Chef einfach die Titten gefallen. Ja, du hast aber auch wirklich sehr schöne Titten. Du hast auch sehr schöne Titten. Das sind Loser-Titten. Hahaha. Schlauze. Das ist das Ding hier. Ihr ehemaliger Chef lädt sie ans Stadttearte ein. Wo wollen wir hin? Wir kommen gleich wieder. Wir gehen nochmal kurz frische Luft schnappen. Von wegen. Also ich hab total Bock. Ja, ich auch. Ja, aber Bock allein reicht nicht. Das überfordert die Gruppe. Ach, ein bisschen Überforderung hat doch noch keinem geschadet. Das hat nochいい. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Vielen Dank.